Moin Leute, hier wieder Elektronik direkt für euch und wir machen heute eine weitere Übungsaufgabe zu Gleichstromkreisen. Wir lösen das Ganze heute mit dem Überlagerungsverfahren, deswegen solltest du dir das Video dazu schon mal angeschaut haben. Stromteiler und Umschlussgesetz sollten ja eigentlich schon geläufig sein und wir starten direkt rein. Hier jetzt also die Aufgabe von Gerd Hagmann. Wir sehen ein Netzwerk mit mehreren Quellen, wir haben die Widerstände gegeben und wir möchten doch unseren Strom Ix errechnen. Und das Ganze machen wir wie gesagt mit dem Überlagerungsverfahren, wenn du es selber versuchen willst. Jetzt Pause, sonst zeige ich dir jetzt wie es geht. Ja und Überlagerungsverfahren, das heißt ja eigentlich, dass wir einfach die Wirkungen der einzelnen Quellen überlagern. Deswegen fangen wir damit an, die Quellen einzeln zu betrachten und nullen die anderen Quellen. In meinem Erklärvideo habe ich dazu einfach gesagt, Kreise wegnehmen. Und das habe ich dann auch einfach mal gemacht. Also wird aus der Stromquelle eine offene Leitung. Ich gucke mir also zuerst mal die Spannungsquelle bzw. die Wirkung der Spannungsquelle an und kann das Netzwerk jetzt etwas vereinfachen. Und wo eine offene Leitung ist, da fließt auch kein Strom, deswegen spare ich mir das hier weg. Und was ich außerdem sehe, ist, dass dieses ganze Widerstandsgebilde in der Mitte aus R2, R3 und R4 kurzgeschlossen ist. Denn man sieht, außenrum hat der Strom Ix1 eine direkte Verbindung direkt wieder zurück zu seiner Spannungsquelle. Das heißt, der Strom fließt einmal außenrum und deswegen nur über den Widerstand R1. Und das hatte ich vergessen zu erwähnen. Der Strom heißt natürlich jetzt Ix1, da wir die erste Quelle, in meinem Fall die Spannungsquelle, betrachten. Und ich habe ihn genau in der gleichen Richtung gewählt wie unser gesuchter Strom Ix. Dann muss ich nachher kein Vorzeichen umdringen. Und meinen Strom Ix1 errechne ich ganz einfach über das Ohmsche Gesetz. I ist gleich U durch R. In unserem Fall ist es dann Quellenspannung, da diese an dem Widerstand R1 abfällt durch den Widerstandswert R1. Also bin ich bei Ix1 bei 1,2 Ampere. Ja, und direkt im Anschluss danach betrachten wir die zweite Quelle. Das ist unsere Stromquelle. Ihr seht schon, jetzt habe ich mein Ix2 oben fließen. Ja, wegen zweiter Quelle. Und die Spannungsquelle wird in unserem Fall, wenn ich den Kreis wegnehme, zu einem Kurzschluss. Und so ergibt sich eben dieses neue Netzwerk. Da das für mich auf den ersten Blick nicht 100% ersichtlich war, habe ich hier nochmal etwas Farb ins Netzwerk gebracht. Im übertragenen Sinne habe ich also quasi mit den Potenzialen gearbeitet. Und jetzt sehe ich quasi, dass oben der Widerstand R1 in dem Fall kurzgeschlossen ist. Also er liegt links und rechts auf dem gleichen Potenzial. Das heißt, hier fließt überhaupt kein Strom. Und es fällt dann auch keine Spannung dort ab. Und entsprechend kann ich den dort oben also quasi vernachlässigen. Und was übrig bleibt, ist eine Parallelschaltung aus R2, R3 und R4. Wenn ich also weiß, dass mein Widerstand R1 kurzgeschlossen ist und dass dort kein Strom fließt, dann weiß ich auch, dass sich der Quellstrom I in dem mittleren Knoten aufteilt auf die Ströme I4, I3 und direkt Ix2. Da ja im oberen Knoten kein Strom oder so hinzukommt. Entsprechend ist dann mein Strom durch den Widerstand 2 direkt Ix2. Und wenn wir nun zur Rechnung übergehen, dann holen wir uns als erstes den Gesamtwiderstand der Parallelschaltung aus 2, 3 und 4. Und da das drei Widerstände parallel geschaltet sind, machen wir das einfach über die Addition der Leitwerte und nehmen am Ende vom Leitwert wiederum den Kehrwert und haben dann als Gesamtwiderstand der Parallelschaltung 16,2 Ohm heraus. Und den Gesamtwiderstand der Parallelschaltung, den brauche ich natürlich für meinen Stromteiler, denn jetzt kann ich meinen Stromteiler anwenden und mir errechnen, wie groß der Anteil von I ist, der auf Ix2 entfällt. Und wenn ich den Stromteiler anwende, dann wären das in unserem Fall 0,78 Ampere. Und der letzte Schritt, der diesem Verfahren überhaupt seinen Namen gibt, ist natürlich das Überlagern der Einzellösungen. Also einfach die Addition meiner einzelnen Ströme. Heißt, Ix setzt sich dann zusammen aus Ix1 plus Ix2. Wir hatten hier beide Ströme, also Ix1 und Ix2, in die gleiche Richtung gewählt wie Ix. Entsprechend können wir hier einfach ganz normal addieren. Ansonsten müsste man natürlich das Vorzeichen umdrehen. Und als Lösung erhalten wir dann für unseren Strom Ix 1,98 Ampere. Und schon hast du die Übungsaufgabe geschafft. Ich hoffe, ich konnte dir was beibringen. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Du kannst gerne meinen Kanal abonnieren, weil ich hier immer weiter Übungen und Erklärungen hochladen werde. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Elektronik. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.